Jausen, heute gucken wir uns mal die Desktop-Version von CapCut an. CapCut kennst du vielleicht als Videoschneide-App für dein Handy, aber es gibt es eben auch für Windows und Mac auf dem Desktop. Da schauen wir jetzt gleich mal rein, drücken jeden Knopf, nach dem Intro geht's los. Bis dahin, lass schon mal einen Daumen nach oben da und komm rein, die DANG Gang, bei Patreon. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der FRAG DEN DANG SHOW. Die App CapCut musst du dir runterladen, dafür gehst du einfach mal hier auf Google. Google ist nach CapCut Desktop und das Ganze gibt es auf jeden Fall für Windows, aber auch für Mac. Jetzt gucken wir einfach mal in dieses Programm rein. Wenn wir das öffnen, öffnet sich erstmal hier dieser Bildschirm. Wir können uns jetzt hier auch anmelden mit unserem TikTok-Account. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze eben zu verbinden. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Wahrscheinlich wird es den Vorteil haben, dass wenn du Songs direkt von TikTok nutzen möchtest, dass du dir die dann ziehen kannst, so wie auch in der App. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Was du zuerst machen könntest, ist hier oben auf Einstellungen zu gehen, weil das öffnet sich erstmal auf Englisch. Und hier unter Einstellungen hast du die Möglichkeit, bei Sprache auch Deutsch einzustellen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Jetzt beginnen wir einfach mal mit dem Erstellen. Dafür drücken wir hier drauf. Jetzt öffnet sich hier dieses ganze Schnittprogramm. Eigentlich erklärt sich das auch alles hier von selbst. Wir können hier oben links unter Importieren einfach mal ein Video reinladen. So, jetzt haben wir hier ein Video drin. Hier haben wir ein kleines Vorschaubild. Das kennen wir aus anderen Schneide-Apps auch. Und das können wir jetzt ganz einfach zum Beispiel hier unten in unsere Schnittleiste reinziehen. So, jetzt gucken wir mal durch, was so geht. Hier kannst du dich so ein bisschen durch das Video durchgucken. Auf Leertaste wird das Ganze abgespielt. Hier am Rand hast du so eine kleine Leiste, an der du zum Beispiel die Videospur ausblenden kannst oder auch dafür sorgen kannst, dass der Ton nicht mitläuft. Hier auf diesem Stift kannst du ein Cover-Bild irgendwie erstellen für dein Video. Das mache ich aber hier jetzt nicht. Kannst du ja gerne mal selbst ausprobieren. Wenn wir einen Schnitt setzen wollen, müssen wir erst mal auf diesen Clip hier draufdrücken und dann öffnet sich hier ein neues Menü. Und hier haben wir die Möglichkeit, einen Schnitt zu setzen auf diesen Button. Der Schnitt wird dort gesetzt, wo diese Leiste hier ist. Jetzt haben wir einen Schnitt gemacht. Wenn wir den nicht gut finden, können wir das auch rückgängig machen. Wir können hier den ganzen Clip löschen. Wir haben die Möglichkeit, hier Dinge rückgängig zu machen. Hier können wir ein Standbild machen, also einfrieren. Jetzt haben wir hier so ein kleines Standbild drin. Das können wir natürlich auch nach hinten ziehen. Wir haben hier eigentlich so einen Drag & Drop, wo wir alles mitmachen können. Wenn ich das Bild irgendwie nicht mag, kann ich auch hier zweimal zurückgehen oder es eben nochmal löschen. Hier oben haben wir auch die Möglichkeit, den ganzen Clip umzukehren. Das wird dann durchgerechnet. Ich mache das jetzt mal hier nicht. Das dauert wahrscheinlich dann sonst zu lang und dann wird das einfach rückwärts abgespielt. Ansonsten haben wir hier so diese üblichen verdächtigen Funktionen. Wir können den Clip spiegeln. Wir können das Ganze drehen. Wir können auch zuschneiden, wenn wir sagen, wir wollen nicht alles davon sehen. Wir haben hier eben die Möglichkeit, das Ganze noch so ein bisschen zu bearbeiten. Ich mache das hier alles mal wieder rückgängig. Okay, was sehen wir hier noch? Wenn wir einen Clip irgendwie vorne und hinten kürzen wollen, können wir einfach hier an den Rand gehen und können dann vorne und hinten ziehen. Wenn wir reinzoomen wollen, müssen wir einfach hier so diesen gewohnten Reinzoom-Effekt machen oder hier oben an dieser Leiste darauf gehen und nach Plus ziehen. Und dann können wir auch ein bisschen genauer schneiden. Sobald wir hier auch auf der Tonspur drauf sind, das kann ich euch mal zeigen, können wir auch die Tonspur hier hoch und runter ziehen. Das kann man auch hier oben unter Audio machen. Ihr seht auch, wie sich das hier verändert, wenn ich lauter und leiser mache. Also rot sollte es nicht sein, auf jeden Fall. Okay, also haben wir hier schon mal was gemacht. By the way, wenn wir gerade bei der Tonspur sind, wenn wir den Ton einfach trennen wollen von der eigentlichen Videospur, müssen wir hier mit der rechten Maustaste drauf gehen und können hier auf Audio trennen gehen. Und dann haben wir hier unten die Tonspur, dann können wir die auch verziehen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn du irgendwie Übergänge machst, bei denen der Ton zuerst anfängt, bevor das Bild kommt. Die Einsatzmöglichkeiten sind da recht bereit. Wir können den Ton hier oben natürlich auch noch verändern, können ihn einblenden, können ihn ausblenden, Geräuschreduktion und Toneffekte drauf machen. Das kennt man, so ein Roboter-Ton oder sonst wie was. Einfach hier drauf drücken und dann wird das angepasst. Auch hier kann man die Tonlage sogar noch mal ein bisschen verändern, beziehungsweise also die Intensität dieses Toneffekts verändern. Wenn du nicht willst, dass das angewendet wird, was du hier gerade eingestellt hast, einfach mal da drauf klicken. Und dann ist dieses Checkmark weg, dieser Pfeil und dann haben wir das wieder ganz normal. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar weitere Funktionen hier an. Ganz oben links haben wir hier noch Audio-Funktionen. Hier können wir Musik suchen, nach Künstlern suchen. Wir geben hier einfach mal was ein. Super Mario. Drücken mal auf Enter. Jetzt werden uns Songs einfach angezeigt und die können wir hier einfach runterladen, also hinzufügen. Und dann ist der Song auch hier unten drin, beziehungsweise dieser eine Ton, den wir jetzt hier gefunden haben. Dann können wir hier einfach Text auswählen. Den Text können wir entweder hier so reinziehen oder auf das Plus hier oben drücken. Dann können wir hier was reinschreiben. Das wird auch gleich erscheinen. Können die Größe verändern, die Position verändern. Wir können einen Rahmen hinten dran machen in verschiedenen Farben. Also alles, was man halt so gewohnt ist und was es auch in der App gibt. Wir können das Ganze auch vorlesen lassen und auch animieren lassen, dass der Text irgendwie so schön fancy reinkommt. Ich finde, in der App hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten, besonders wenn man die automatische Untertitelfunktion hier wählt. Das können wir natürlich auch untertiteln lassen. Die gibt es hier, die automatischen Untertitel. Wenn du es nicht ganz lesen kannst, ziehe ich das mal hier auf und können hier noch die Sprache eingeben und dann wird das automatisch untertitelt. Aber was wir hier nicht machen können, sind diese coolen Aufklappuntertitel. Das habe ich hier nicht gefunden. Vielleicht hast du es gefunden. Und das finde ich in der App auf jeden Fall besser. Trotz alledem ist hier alles gar nicht schlecht. Und wenn wir hier Untertitel drin haben, können wir auch auf die einzelnen Untertitel drücken. Ähnlich wie bei Text können die noch anpassen und nach unserem Gusto gestalten. Hier oben haben wir noch Sticker. Das kennt man auch. Aus der App können wir ein paar Sticker reinlegen. Auch hier kann man einfach diesen Sticker nehmen und hier reinmachen. Kann ihn länger ziehen, kürzer ziehen und hat eben da auch die Möglichkeit, ein bisschen was anzupassen. Den Sticker können wir auch hier drin dann verschieben, größer, kleiner machen und haben so eben die Option, das Ganze ein bisschen fancy zu gestalten. Bitte tut euch aber einen Gefallen, macht nicht zu viel rein. Manchmal gibt es halt auch schnell einen Overload. Hier gibt es noch Effekte, die wir drauflegen können. Video- und Körpereffekte auch hier. Ähnlich wie in der App. Da könnt ihr euch ein bisschen was raussuchen. Es gibt auch so 3D-Effekte. Hier rechts nebendran gibt es dann Übergänge. So einen Übergang können wir einfach da unten reinziehen, an jeden Schnitt einfach hier so drüberlegen. Und dann hat man hier so einen Übergang reingemacht. Also auch recht easy. Dann gibt es noch ein paar Filter, die wir drüberlegen können, um den Look anders zu gestalten. Und wir können das Ganze natürlich auch noch anpassen, wie wir wollen und können sogar eigens angelegte LUTs damit reinmachen. Ich hoffe, man spricht das LUT-mäßig aus. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. So sieht das Programm aus. Ihr könnt auch hier auf die Clips draufdrücken. Habt dann die Möglichkeit, auch noch Dinge zu verändern. Clips einzublenden. Könnt hier auch die Geschwindigkeit ändern. Könnt auch hier auf den Clip draufdrücken und habt dann die Möglichkeit, auch da noch ein bisschen was zu verändern. Stabilisieren einzubauen. Und wenn ihr einen Clip habt, der kleiner ist als die Größe, die ihr eigentlich haben wollt, könnt ihr eine Leinwand hinten dran legen. Ich kann das immer hier zeigen. Wenn ich den Clip irgendwie größer mache und gehe dann auf Verschwimmen, wähle ich hier eine Leinwand aus. Und dann habe ich im Hintergrund halt diese Unschärfe. Also alles, wie man es kennt. Insgesamt eine sehr, sehr einfache App. Und das erklärt sich das meiste von selbst. Probier es doch einfach mal aus. Und wenn du dann fertig bist, drückst du hier oben rechts auf Exportieren. Hast die Möglichkeit, dem Ganzen noch einen Titel zu geben. Kannst noch auswählen, in welcher Qualität du das Ganze hier ausspielen möchtest. Und dann gehst du einfach auf Exportieren. Und dann wird das Teil ausgespielt. Und du hast ein fertiges Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann check doch auch mal die anderen Videotutorials auf meinem YouTube-Kanal oder bei TikTok oder bei Instagram oder folgt mir auch bei LinkedIn. Ich bin raus für heute. Bis bald. Peace.